tach leute willkommen zu einer neuen folge von prototype in dieser folge müssen wir noch mal zum telefon ganz im telefon denke ich zumindest stand ja contact bone oder so und dort ist das ja schon ich weiß nicht ob ich mich noch erst voll heilen soll ja wie die gleiche action machen unfassbar bei der wappen wie die gleich action machen es gibt es ja gar nicht auch nein ernsthaft muss man das mit dieser hier nee in den faktischen sound würde ich nicht aber man bekommt glaube ich vielleicht wenig leben ah die kenne ich doch irgendwo her wir bekommen hier gar kein leben ein ja 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 ernsthaft telephones wieder da Mercer, right now Blackwatch's only motivation is deal with the Bloodtox weapon as far and wide as possible. They're already moving to Blank of the Island with it. And once they have the boxed in, they'll move it for the kill. You need to break their grip on southern Manhattan before they can expand their coverdrains. Who the hell is this? Gut, ja, jetzt schmeißt du das Titel von weg. This Bloodtox induces necrosis in any infective tissue, including mine. Ich bin aufs Gebäude, müssen wir einmal hochklettern. Ja, mit der Art ist es im coolsten. Aber nicht diese Dinge. Das ist alles, was ich tun kann. Neun Stück müssen wir kaputt machen. Ach komm, man. Wer hat das denn gesehen? Ernsthaft, ich hab, hab ich das nicht kaputt... So, einer kaputt. So, sehr schön. Moment, wie kann ich das... Oh, bestimmt kann ich das am besten mit denen hier machen. Mit den Hammerfäusten. Kann ich mir einfach gut vorstellen. Kann ich mir einfach gut vorstellen. Nein. Pick up. Ja, sehr schön. Ähm... Wo ist ein Hitler-Balloon-Dingen? Ja, das Ding ist doch... Das Ding ist auch kaputt. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Boah. Boah. Auf dem Dach ist das nicht, ne? Auf dem Dach ist das nicht, ne? Wir sind hier keine Leute. Dort... Ach, da hinten sind welche. Ah. Sehr schön. Mal gucken, wie ich das am besten hinbekomme. Ja, immer wieder. Ja. Eine muss da sein glauben. So geht das eigentlich ganz gut. Ah, die haben mich nicht mal gesehen. Einer muss mal hier kräftig gedrückt werden. Der hier muss konsumiert werden. Also, jetzt haben wir volles Leben. Komplett voll und... Äh... Da. Sehr schön. Das Ding machen wir jetzt mal kaputt. Oh, fuck. Ah, die haben mich gesehen. Egal. Nicht schlimm. Ah, jetzt sehen die mich hier wieder. Mit dem. Alex. Ja, schön. Okay. Wo sind denn hier die Einheiten? Hier werden 102 Einheiten sein. Wir sind hier immer Einheiten irgendwo. Wir müssen das ja irgendwie verteidigen. Oh, das ist auf dem Dach, ey. Oh, nein. Die. Die. Sehr schön. Ah, das war natürlich doof jetzt. Aber... Einmal so. Na, das mag ich. Das ist wirklich gut. so eine wieder volles leben weil er kommt hinter mir einen dingen ok die gucken mich weiterhin an geht da drinnen die sich langsam um weder nicht hallo so und das mache ich bei dir auch damit ich deine waffe habe sofort kein bock dann eine aufzuheben das geht ja so die faulheit regiert immer siegt immer ja ich würde auch wenn abzuheben sehen Ich hoffe, das ist die richtige Sache zu tun. Ja, halt so ein Point, ein Markpoint oder wie das halt. Ne, diese Sammelobjekte halt. Jetzt, was ich meinte, verdammt. So, ähm. Ne, hab ich gedasht. Ja, gut sein können. Das Ding ist ja jetzt auch schon tot. Ähm. Hier gibt's kein Ding. Komm, gib mir diese Punkte hier. Boah, sehr schön. Ne, wo gibt's denn hier diese, hier müssen noch irgendwo Blackwatch-Einheiten sein, oder? Ah, da. So, sehr schön. Das ist echt geil, wie a la Cover wir das machen, ne? Ist auch gut so. Sehr schön. Mission complete schon. Okay. Das ging eigentlich voll, die Mission. Ich erinnere jetzt nicht so viel Action hier. Also, schon Action, aber... Naja, wir haben das auch einfach verdammt geil gelöst. So schön undercover. Also, wie es sein muss. Als... ...Formwandler, sag ich mal. Weil das ist ja... ...ne wichtige Fähigkeit. Ich versuche mich schon auf Prototype 2. So. Mal gut, Prototype 2 ist schon längst released, aber... ...ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ja, komm, machen wir vielleicht noch... ...na, machen wir noch in diesem... ...in diesem Part. Okay. 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 Without your help, that machine won't get within a mile of Times Square. Oh nein. Lordy. Naja, okay, gut. Mal schauen. Bluetooth Facility. West Harlem Shake. Deploy the Bluetooth Pumper to Times Square. Gut, dann müssen wir hier ein... ...den Dingen konsumieren. ...dem Blutox-Beauftragten, sag ich mal. Den Kommander. Hey, Alter. Ach ja, ich bekomme hier Schaden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt ist es aus hier. Kein Bock jetzt hier... ...mein gesamtes Leben zu verlieren. Ah, davon habe ich auch eben gar nicht gedacht. Ach ja, mhm... ...ja, Upgrades, das wollte ich nochmal... ...hier wollte ich nochmal was schauen. Ja, wir haben 600.000. Sehr witzig. So, Elbow Slam. Das hier ist geil. Hämathos, das ist richtig geil. Dann wirft man sich so selbst. Das, dann kann ich mich noch erinnern. Was haben wir denn hier? Ja, ja, Movement haben wir ja 100%. Okay, um, nee. Body surf. Das ist so alt höher. Ne, das möchte ich nicht. Ne, das passere ich auch nicht. Ich mache hier Long Rage Throw. Das wäre eigentlich auch nice. Mach ich mal. Die können wir dann jetzt packen. Das hätte ich hier nehmen sollen. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass wir das noch brauchen. Weil jetzt Self-Consumer, gut, das will ich nicht so, aber der Rest hier, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, mein Gott. So. Start Convoy. Okay, Leute, holen Sie die Scheiße zusammen und gehen raus. Lass uns das Ding in Times Square, jetzt! Das Ding müssen wir verteidigen. Wahrscheinlich dürfen wir uns nicht so als Alex zeigen, weil sonst müssen wir hier nicht reinschleichen. Das wäre Schwachsinn. Aber fahr mal weiter. Also soll ich hier jetzt einfach schießen? Ich möchte ja schon fast gar nicht. Weil mir die Zombies leid tun. Ne. Ich will meine ganzen Munition... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich zeigen darf. Dann lebt er danach nach. Ne, ne? Ja. Ja. Konvoy under tight. Ja, gut. Gut. Wobei, die haben ja noch unsere ganzen normalen Schläge. Schläge. Aha. So. Let's go, people. Jetzt nicht, dass hier Mission Failed kommt. Weil ich nicht hier mehr... ...der Chef bin. Weil er kann ja auch mal drauf gehen. Das halt. Hey, ich wollte eigentlich die Dinge wechseln. Genau. Ah, mein Konvenger ist schon weg. Oh, Mann. Ich muss hinterher. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, dürfen wir uns zeigen? Dürfen wir. Sehr schön. Dann steht hier nichts im Wege. Okay. Get coming in from the flank. Back scratch. Any overrun. Get those hostiles clear. Back scratch now. All and holding. For now. Regroup. Die tun mir gerade gar nichts. Das ist sehr schön. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr aufpassen. Ich dachte, ich muss jetzt Marine weiterspielen. Aber wenn es nicht der Fall ist, ist ja gut. Ja, schnell hinterher. Aber wir können ja jetzt nicht fliegen. Das vergesst sich immer. Nein, 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 nein. Das will ich nicht mehr machen. Lass es, lass es. Sehr schön. Ey, attackieren die mich nicht durch den Bug, oder wie ist das? Konvey under attack. Ja, das ist durch diese Dinger. Ja, ich fliege auch immer weg durch die ganzen Dinge. Hallo, lass es doch jetzt mal. Ja, ich fährst du wohl weiter. Sehr schön. Ich weiß nicht, die Musik ändert mich immer manchmal. Teilweise an der Pate. Hab ich das irgendwie, hab ich das, hä? Aber ne, das ist die nicht. Ja, irgendwie komisch. Einfach mal durchgeflitzt. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ey, die machen den Dingeln kaputt. Den Konvoi, ja. Sag ich ja. Aber egal, jetzt haben wir wieder volles Leben. Hoff ich. Und der Konvoi zumindest. Ne, doch nur halbes. Scheiße. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Vielleicht den können wir nicht einfach selber fahren. Ne. Das geht nicht. Aber vielleicht so ein Panzer, das ist ja nice. Ja, weiß ich einfach mal. Aber hier schön hijacken. Ach. Der mit Y. Ich lasse es lieber. Ach ja, ich muss ja fahren. Ne, ne, ne. Warte. Fangen wir, bleib hinten. Bleib hinten, Konvoi. Konvoi, bleib hinten. Ich block das Ding mal. Ich versuch's zu blocken. Oh ja, ey. Ey, das geht ja gar nicht. Bei so vielen. gut ich war jetzt ein schutzschild schutzschild oh Gott sieh da scheide ich näh lording lording gut ich muss immer sagen dass ich in dem part beende bis dahin tschau schau 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 schau